Schöne guten Morgen und willkommen bei der Jaffa mit dem Koffer. Schauen wir mal, was wir heute am Koffer machen. Wir haben schon etwas vorbereitet. Ein Stück Karton, ein Stück vor dem Skottsch, einen schwarzen Stift und einen Bleistift. Und zwar hat Schälo schon vorbereitet, damit es etwas schneller geht. Und so schmoldet er ein Koffer. Weißt du schon, was das Kind gibt? Ein Löw. Mit dem Löw fehlt noch etwas. Und zwar sind Männer, sind lange Buste rund um den Koffer. Und die machen wir einmal, damit es nicht mehr so pläckig ist. Und dafür habe ich den Koffer gemäht und mit einem Schweizer Stift drin geführt. Und dann habe ich den Bleistift geholt und dann habe ich den Bleistift geholt. Ich habe den Bleistift geholt, damit er ein bisschen mehr da ist. Und dann habe ich den Koffer gekocht und dann habe ich den Koffer gewickelt. Ich weiß nicht, ob ihr das gut gesehen habt. Für, dass ich kein Null brauche. Dann fangen wir mal an. Dann fülle ich den Koffer von innen ran. Dann können wir noch ein kleines Stück Skottsch reinhängen. So. Oder eben einen dick Knut nehmen. Dann geh´t wieder zurück nach vorne. Dann guck mal an. Dann würde ich keinen Leif Ekflisfer zu tauschen geben. Da feiert mein Leuch, feiert Füßend. Dann machen wir das Lach. Dafür machen wir das Lach neben drinnen. Vielleicht hat er auch einen Karton geküsst. Da sieht er dann ein bisschen besser. Mir ist halt los, was das heute in der Beyer. Schau mal, ob die nach der Tür geht mit der Fall, es muss noch ein kleines Stück drücken. Und heute muss er auch kein Löw machen, er kann auch ein Paar machen, er kann auch den hoher, was er schweift. Oder er kann auch ein Tausendfüßler, da kann er auch das Füß machen, da kann er auch einfach rund um den Kopf ein bisschen, wenn er so schlägt, er kann das schlägen heißen bisschen. Er hat ja schon Koffer gespielt. Hoppla. Ja. 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 Hier bin ich drin. Hier bin ich drin. Fangen in den Dents Untertitelung des ZDF, 2020 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 Und ein Stück Skutsch. Und ein Stück Skutsch. Ich meine, sie ist viel selber. Ich stehe es kurz da drüben. Das braucht es, wenn ich keinen Nuten habe. So, und dann können wir weiterfüllen. 3,4,2 Uhr aus dem Durchgang. Eieieiei. So. So. Ich kann die nachher aufpaschen. So. Andererseits. Also läuft fertig. Das war es von mir. Dann sehen wir uns nächste Woche. Bis dann. Ciao, ciao. 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 Ciao.